Yeah Leute, jetzt geht weiter bei FuckRed2. Wir sind wieder zurück. So, wir müssen der Tussi helfen, der hat irgendwie Probleme. Und wer kann da helfen? Wir natürlich. Okay, wir fahren hin. Vorsichtig. Hier kann es nur so von Feinden wimmeln. Da unten, da sieht's. Oh, 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 da ist ein Lager, oder? Ja. Oh, da ist ein Patrouillenfahrzeug. Okay. Wir fahren mal runter. Ach, du Scheiße. Da unten geht's ja schon ab, ne? So, da haben wir einmal Feinde. Einen auch noch. Na toll, so sehen wir ja voll viel, ne? Jetzt wird mit der Zeit heiß, das Teil, ey. Komm an. Ich glaube, wir haben gerade einen Baum gefällt. Ah, da. Okay, Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Alle getötet. Wo ist die Tussi? Da. Hi. Danke, dass Sie hergekommen sind. Ich halte Sie nicht auf. Natürlich gern doch. Und jetzt? Jetzt ist es beendet hier, oder was? Ähm. Wir haben jetzt ihr geholfen und, ähm, haben nix dafür bekommen. Was für ein verdammter Witz, ey. Schauen wir mal, ob es hier Diamanten gibt. Ah. So, wie es aus ist, hat es sich doch gelohnt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Sehr gut. Wenigstens haben wir das Glück. Und hier gibt's... Ey. Gibt's ein paar Diamanten. Nice. Neun von 21. Yeah. Wir werden noch richtig reich, Leute. So. Ne, oder? African. Scheiße. Patrouille. Shit. Habt ihr das gehört? Die sind hier irgendwo. Da hinten. Wo sind sie? Okay, ich glaub, die sind weg. Alles klar. Okay, wo müssen wir denn hin? Gehen Sie zu einem Briefing-Position, um eine neue... ...zubekommen. Nehmen wir ein neues Fahrzeug mit. Kann man eigentlich auf der Karte was markieren, wenn man irgendwo hin will? Das hab ich noch gar nicht geguckt, ob das geht. Ähm. Ich glaub, ihr nicht. Aber ich würd gerne... ...hier weg. Da ist Mokuba. Da haben wir ein bisschen Stunk gemacht. Wie kann man noch mal aus der Scheißkarte rauszuholen, Alter? Okay, ich würd sagen, wir fahren jetzt mal alles zurück. Ah, jetzt hab ich's geschnallt, wie's geht. Mit E kann man rauszoomen, was... ...nicht mit E. Wie hab ich's jetzt gemacht? Oh, Mann, ey. Da hab ich irgendwas gedrückt und dann hat's... ...rausgezoomt. Hä? Wie hab ich das jetzt gemacht, Alter? Das will ich jetzt rauskriegen. So, hier sind überall Aufträge, seht ihr? Da ist auch ein Waffenhändler, der was für uns hat. Also, merke, Karte mit R rauszoomen. Das werd ich mir kurz... ...ganz kurz notieren. Das sind so Kleinigkeiten, weil die stehen nicht in den... ...ähm, Dings drin, in den Optionen. Ne. Ne, ne, ne. So, jetzt hab ich das auch nur lesen können. So, jetzt. Okay. Also, geht doch. Das ist nur für mich als kleine... ...Unterstützung. Guck mal, da vorne wär so ne Bushaltestelle. Aber da kann man nun komplett durch die ganzen Karten durch... ...rasen, das ist auch blödsinn, weil ich wollte das mal... ...für den Waffenhändler einen Auftrag erledigen. Um zu schauen, was der so für uns hat, wenn wir da was machen. Und die anderen werd ich einfach ignorieren, wenn mich irgendeiner blöder anpöpelt. Und ich versuch's zumindest. Ah, es wird aber nicht immer funktionieren. Ha, 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 ha. Leck mich am Arsch, Alter. So viel zum Thema, ignorieren, ne. Die Wix haben mir die Haubits verschossen. Alter, ich muss das mal reparieren, ey. Oh, Mann. Also, richt' mir die Kiste wieder. He, he, he. Okay, weiter geht's. Haube fehlt jetzt halt. Aber ist ja auch wurscht. So. Wir kriegen mal noch voll die Imba-Waffen, ey, wenn wir so weitermachen. Oh, da ist ein Diamant. Den wollen wir natürlich haben. Ist der da drin? Ich hör'n. Da ist er. Yeah. Oh, wir werden wirklich noch reich, wenn wir so weitermachen. Mann, wieso lassen sie auch das Zeug hier einfach rumstehen? Kann man auch mit dem Bus fahren? Ah, ne, halt. Man muss ja an der Bush-Haltestelle gehen. Guck mal, hier gibt's auch noch eine Karte in groß. Das bringt uns nur nix, weil, ähm, wir wollen jetzt zu dem Waffenhändler gehen. Genau. Und deswegen können wir das erstmal so vergessen. Wenigstens haben wir jetzt ein Diamant mehr. Dann fahr'n wir mal durch die Savanne. Sag mal, wie lang bleibt's nicht hier dunkel? Kann man nicht irgendwie auf die Uhr schauen? Das gibt's ja nicht, oder? Ach, nö, nicht schon wieder. Die sind echt nervig, Alter. So, aber die meisten sind ja ziemlich easy zu besiegen. Ey! Der Wichser! Na? So. So, dass hier... gibt's hier keine Diamanten. Hier soll ich mal kurz auf die Karte schauen. Wenn mir richtig Sinn. Halt, 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 halt. Ja. Ja. Die sind sogar richtig. Jetzt müssen wir immer nur noch geradeaus nach oben bis zum Waffenhändler. Ja. Dann dürfte der ja auch eigentlich da sein. Aber guck mal, wie viele Missionen es hier gibt, ey. Halt. Diamant. Hier ist irgendwo ein Diamant. Wo ist er? Hallo? Ey, da war doch gerade noch einer. Der hat doch gerade geblinkt. Hä? Wieso hat's aufgehört? Wieso hat's aufgehört zu blinken? Ah, wir sind dran vorbeigefahren, deswegen. Irgendwo da oben. Komm, die holen uns denn. Diamant! Ich komme. Ach, nö. Jetzt kommen noch so Beschissene. Wo sind sie? Da hinten. Die Patrouillen gehen mir mal auf den Sack, ey. Sag mal, wie komme ich denn da hoch? Komm, spring. Spring doch. Ich komme hier nicht hoch. Ein Tier. Das erste Tier, wo ich bis jetzt gesehen habe. Komm nochmal unseren GPS raus. Wo ist denn der scheiß Diamant? Ah, hier. So macht es Spaß. Wo ist mein Auto? Da hinten. Ich habe aber gerade was gesehen. Ich wollte noch kurz gucken. Da hinten ist irgendwie eine Höhle oder sowas. Glaube ich. Was ist denn das da drüben? Moment mal. Hm. Das ist gar nichts. Das ist einfach nur... Einfach nur ein Posten. Okay. Gehen wir zurück zum Auto. Ich hoffe, dass die anderen jetzt nicht kommen. Die andere Patrouille. So, ich muss nochmal weiterfahren. Ich finde es gut, dass es hier auch im Auto angezeigt wird, falls irgendwo ein Diamant ist. Aber auch gleich ist ja der Jeep nicht gerade. Also, wir haben auf jeden Fall gehört, wenn wir irgendwo hinfahren. So. Sag mal. Da muss doch irgendwo der Waffenhändler sein. Da ist er. So, der dürfte jetzt eigentlich da sein. Grüß Gott. So, ja. Ich weiß, was freigeschalten wird. Habe ich schon mal vorgelesen. Mein Freund, was halten Sie von einem kleinen Geschäft? Es gibt da einen Kerl, der minderwertige Waffen aus dem Osten liefert. Will mich unterwandern. Sie verstehen. Wenn Sie die Lieferung stoppen, habe ich vielleicht etwas Besonderes für Sie. Okay, machen wir. Mission angenommen. Und wie machen wir das jetzt? Wieder aktualisiert. Moment. Den Konvoi im Osten zerstören. Okay. Komm, nimm dein Auto. Los. So, der ist ja gar nicht weit weg. Und da bekommen wir neue Waffen. Das finde ich ja geil, ne? Dass man das so regeln kann. Komm mal so durch die Karte kurz. Oh, der ist ja gar nicht weit weg. So, vielleicht. Der bewegt sich so, wie es aussieht. Also müssen wir uns beeilen. Fahren wir gleich mal hin und schauen, dass wir die... Ach nö, jetzt müssen wir auch noch durch die Scheiße hier wieder. Wir versuchen einfach durchzurasen. Vielleicht können wir hier durchfahren, ohne dass irgendwas... Nicht mehr lange, ich weiß nicht. Ah, die Wichser. Ich schieße noch nicht. Ha. Da fliegen die Kugeln an mir vorbei, du. Ja, so lange sie sich mit Raketen auf mich schießen, ist mir eigentlich egal. Oh nein. Okay, das ist scheiße. Ich muss ihn reparieren, ey. Toll. Drehmomentschlüssel. Rätsche besser gesagt. Kriegen wir den Konvoi jetzt noch, oder? Okay. Wo ist denn der? Sag mal. Karte. Ja, super. Soll ich den kriegen, Alter? Wird er hier im Kreis, oder was? Einfach nur hier. Einfach nur hier. Sonst kriegen wir den nämlich nicht. Ich glaube, die Kixer haben den Cheap. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Ja, wie viel kommt da noch? Ist doch gut, Alter. Toll. Fahrzeug kaputt, oder? Prima. Festgefahren. Scheiße, wir kriegen jetzt den Fack-Konvoi. Gehen wir weg. Ich komme hier nicht weg. Ich kann es nicht reparieren, Alter. Warte mal, vielleicht kommen wir jetzt hin. Äh. Komm schon. Komm schon. Ich komme nicht ran. Haha, es ist übel. Jetzt nochmal, komm. Zurücksetzen. Auf, auf, auf. Wichser festgefahren. Alter, was ist denn das für ein Kack hier? Kriegen wir den hier weg? Wir müssen nur ein bisschen zurückkriegen, damit wir reparieren können. Ja, sehr gut. Passt. Hallo, du sollst aussteigen. Trotte. Reparieren. Ah, das ist ein Jeep. Yeah. 3,8 Liter V6. Haha. Der muss ja geil sein, oder? So, wo ist jetzt der Konvoi? Ah, sowieso kommt der zu mir. Fährt der hier im Kreis, oder was? Hier vorne könnte man eigentlich stoppen, oder? Jo. Ah! Hilfe! Der hat kein... Der hat kein Geschütz auf dem Dach. Oh, fuck. Wo ist der? Da. Wird der jetzt gerade reparieren, oder? Das mache ich schon. Toll. Konvoi abgehauen, ne? Alles, komm, komm, komm. Ich hoffe, der taugt noch was. Wir hoffen, der fährt noch. Ja, ist doch gut jetzt hier. Die fahren ja sowieso immer im Kreis, oder? Hätte ich das gewusst mit dem Auftrag, dass das so heftig wird. Der ist immer wieder da drüben. Der hat den Berg hoch. Oh, ey. Jetzt verliert er dann Geschwindigkeit. Nein! Du dumme Sau! Jetzt verreckt er mich auch noch, oder? Hahaha. Da vorne ist er. Komm schon, die Kugel. So. Los. Hat der gar nicht drüber fahren, oder was? Hallo, was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Was liegt denn da, ein Rind, oder was? Verdammt, da liegt ein Bison, oder irgendwie so eine Scheiße, ey. Ein Rindviech, Mann. Wir können auch versuchen, den hier abzufangen. Der wird ja immer im Kreis fahren, denke ich. Oder? Oder auch nicht. Doch normal schon, oder? Karte? Na, wisst du was? Doch, der fährt immer im Kreis. Wir können ihn an der Kreuzung da vorne, können wir ihn abfangen. Normal. Oder wir können auch hier auf ihn warten. Pass mal auf. Jetzt sehen wir ja gleich, wie er fährt. Fahr den ein bisschen entgegen. Oh shit! Davon kommen wieder Einheiten. Ja. Okay. Kampf. So. Okay, der müsste jetzt gleich kommen. Wir können hier zumachen, mit dem Geländewagen. So, und wenn er dann hier rüberfährt, können wir uns den schnappen. So, warten wir jetzt einfach mal auf ihn. Rein theoretisch müsste er ja gleich kommen. Vielleicht da was? Na? Na? Doch, ich höre ihn. Jawohl. Kommt. Kann man den jetzt mit ihren Lassen? Mission abgeschlossen. Ja. Der ist fertig. Ja, geht doch. Was hat der jetzt? Hat der irgendwas geladen, oder was? Okay, gut. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bleibt dran. Ciao. Oder? Moment. Ich höre was. Noch nicht. Wow. Wow. So viel zum Thema. Wir sehen uns gleich im nächsten Part. Einigens haben wir jetzt einen funktionsfähigen Geländewagen. Okay. Bis gleich. Ciao. Oh.